Willkommen zurück zu das Affenprojekt mit Flash Und mit Centus Yeah, ohne Johnny Eigentlich wollte er ja mitmachen, aber naja, keine Ahnung Irgendwas läuft hier grad komisch, ich glaub ich muss das doch auch stellen gleich Ich dachte mir, ich starte mal auf so ner Wolke Er ist wolkenlos War wohl eine schöne Aussicht von da oben Da haben die ganzen Melonstückchen angeflogen Was ich beim letzten Mal ja noch gemacht hatte, war ja das Hagen dazu herzustellen Wollen wir noch Zu cheaten Wir sind Redstone-Energy-Cells brauchen und Redstone-Energy-Kontakte Ja, da kannst du ja bei mir hinkommen Elektrik-Engit hab ich ja Elektrik-Engit Solltest, weiß ich nicht, aber es hast Was ich ja schon mal außerdem hergestellt hab, drei Blöcke hab ich davon Weiß gar nicht mehr, wie würden das überhaupt herstellen Ich glaube Silber und Gold Ähm Wollen wir mal gucken, ne Flash? Äh, da sind meine Star Pieces drinnen Oh Ein Posen, deine Star Pieces und Geld Star Pieces sind da drinnen So Heute reiß ich erstmal die ganze Hütte ab hier So, wollen wir mal schauen, wie waren das? Oh, baust du da noch mehr von oder was? Und ich guck nur, Silber-Engit und Gold-Engit Ja, siehste Und ich hab erstmal nur geguckt Aber eigentlich musst du das ja recht bereichen, das jetzt Ach ja, meine ganzen Workfabils waren ja voll, stimmt ja Du brauchst ja auch, ähm, welche für die... Sag schnell Ja, genau Ja, genau Nein Äh, ach man Ich komm nicht auf den Namen Ich komm nicht auf den Namen Gleich hab ich's wieder Und wenn, dann stell ich mir das hier her Und? Gleich hab ich's, gleich hab ich's Ich komm nicht auf den Namen Ach, für die Cells Für die, äh, ganzen Cells Weiß Brauchst du das ja auch So, was ist hier noch drin? Hier ist gar nichts mehr drin, dann kann ich die alle abreißen Meine Bude, die ist fast wieder in Ordnung Silberohr hab ich auch noch drin Oh, müssen wir eigentlich immer so viel aufnehmen Weil wir heute die letzte Folge haben Ne, ich hab noch welche Ich hab die ganze Woche nix gemacht Ich nicht Ja, du vergisst das ja auch an Dauern So richtig viel geschlampt hab ich die ganze letzte Woche Vergiss das auch immer und immer wieder Ne Doch Hab einfach nur geschlampt Ach komm doch ruhig So einfach ist das Jaja Wenn du meins Kleines Mädchen Ich hab dich auch gern Du Mädchen Mädchen, meine Mädchen Oh ja, mhm, oh Oh ja, sag ich mal Sag ich mal Sag ich mal Egal Muss mal da rein in den Endertank Könnte man mit der Smritory eigentlich Gold auch nochmal schmelzen? Die Blöcke? Mh, für Raum, für was? Ich frag nur Naja, du kannst auch Blöcke, klar Und die Bahn auch, ja, ne? Naja, klar Klar, klar, klar Ich mach mir noch ein bisschen Silber Äh, noch ein bisschen Elektrum Aber bringt dir nichts was Musst du eh in Pulverweiser rein tun Was? Ne, du brauchst doch Elektrum Ja Ne, dann musst du wohl die Barren in Pulverweiser reinpacken Oder im Messerator Ich hau doch da grad Bahn und Blöcke rein Ach mach's so nix Mach was du willst Mach was du willst Das hab ich schon mal so vermischt Und da hat er die Smritory das hergestellt Na gut Dann macht das so Das hat er mich doch beim ersten Mal voll gewundert gehabt Naja, kann das nicht, Melder wie wohl auch so einfach direkt Naja, kann sie auch Na, ich stell jetzt das grad einfach so her, weil ich hab ja sowieso die, ähm, in Pulverweiser sowieso auch nichts Ja, könnt ihr ja auch, dazu bin ich grad zufrieden Achso, meine Canning Machines Ähm Wie hieß der Befüller nochmal? Welcher Befüller? Ich bin für ein Spursor, ja Ja Wo bist du denn? Bist du unten jetzt in die Tasche? Ich bekomme da nichts mit dem Spursor Ja, und da musst du den Hebel anmachen Ja Damit halt unten die Pumpe angeht Da ist so ne einfache Redstone Energies Pumpe aber Hm Sollte eigentlich pumpen, oder? Geh mal weg, nehm, geh mal weg da Die, die pumpt ja auch Geh weg Die pumpt doch Ich seh nix das kommt Da kommt das Ne Das ist das hier? Das ist das Falsche, oder? Das ist das? Das pumpt nicht, weil das, weil der Füllstand zu niedrig ist Aha Ja Ja Zu weit oben gesetzt, ne? Na, hab ich denn da unten noch einen sitzen? Ich weiß es nicht Hm Ich guck mal gerade, ne Ähm Ah doch, warte Das Ich schließe noch mal die, ähm MMM Die Energy Zelt an Wo? Na warte mal eben Achso, ich guck hier einfach mal Achja, so, stimmt ja Hab schon Dann mach ich mir davon auch noch einen Dann hab ich ja auch schon mal da Dass er die Energie befüllen kann So, ab nach Hause MMM Ähm, ja Füllstack, genau Füllstack, genau Ich wollte das eben ändern Wie mach ich die nochmal? Achja, Diamant Das Das Okay Stonewaterproof war das ordentlich Stonewaterproof Tiers hab ich da auch irgendwo rumliegen Haha Das kostet ja nix Nein Das Befüllen ist nervig Und Tiers sortiert aber einfach Obwohl, ich kann nicht Ich hab so viel Ähm Noch Juju mit davon hier Naja, wieder 23.000 Fast 24 Was ich daraus immer noch was herstellen kann Ähm Was brauchte ich denn gerade? Genau, jetzt Ja, brauchstest du Wow Na einfache wären ja für mich Wird power aber nein Fleisch des Doof Nein Doch So Dann kommt eben die Pumpe weg Das sind bestimmt Cobblestonepipes Das war klar Und ich Hab Ich hab Stonepipes mit Keine Cobblestone, ey Tiers es wird dunkel ja sinnvoll obwohl meine gute alles ausgeleuchtet ist von die domain jetzt anders ist ja bis jetzt im bett geht doch hat schon seit jahrhunderten da drin ja jetzt steht sie müssen auch bei dir kommen könnte auch da mal aufgehen ist ein bisschen werbung für die und die machen für mich auch das gletsch brennst du auch da ja versteht aber nur wo er meine jetzt zum facke beim letzten mal noch auf war das ist das hier natürlich nicht brennt mimimi macht der flash ich verstehe es manchmal nicht was dann manche was laut und das verleise manchmal ist verlaut manchmal ja dann machen wir mal ein bisschen das ist praktisch dass du das so herstellen kann ich freue mich freutig freut mich da kommt das jetzt mit dem füllstand hin jetzt kommt es glaube ich hoch und nur ein bisschen ziel aber auch jetzt passt das meine güte das ist jetzt für den laden hier was ist das den laden oder du bist seiner ja genau was denn ich sag nichts kann es jetzt in die ding rein fließen jetzt fließt jetzt kannst du meinetwegen befüllen ok jetzt geht es jetzt geht es jetzt geht auf der ps heißt genauso bleibt der ganze text wird natürlich nicht angezeigt was da eigentlich drin gespeichert ist normal alles vielleicht ist zu kurz was denn da rein ach 1,7 millionen reicht ich habe jetzt noch gold ohr reingehauen dass er noch mehr elektromängel macht du bist einer ohne jetzt das ist doch extra so gemacht ja 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 dafür habe ich ja wie ich war das 5 steaks ugemetter genommen ja nur für gold ne ich weiß gar nicht wie man silber noch herstellen kann anders das anders in doch geht kannst du nur als erst der stellen ja ob du das durch nach heißt das silber auf englisch weiß ich nicht wenn du da drauf ich glaube das war oben links in rechts in der ecke und unten rechts in der ecke glaube ich aber genau weiß ich das nicht mehr ach du lügst doch bestimmt also nicht das hast du gesagt oben links in der ecke oben rechts in der ecke und unten rechts in der ecke und rechts doch das ist sinn das ist sinn umgekehrt zu machen dass du das oben links macht dann statt unten rechts funktioniert alles nicht egal wie das an alles sonst kupfer so ist kohle so ist wolle aber nix von silber die melodie gelitten ja nur drei prozent runtergeschraubt ist doch etwas laut gewesen auch vor uhren ach nee das war siehst du lieber kannst du nämlich nicht da reicht nee das ging wirklich nicht nicht so ich irgendwie war ich der meinung und ich hab das mit hin verwechselt den mussten das geht ach komm silber findest du genug ja ja die brauche ich sowieso nicht mehr ich bin jetzt ich hab noch genug ich weiß gar nicht wie viel pipes ich noch davon hab ich hab noch ja 17 davon ich hab noch ja 17 davon ich hab noch ja 17 davon alles noch gut also mach ich mir grad sowieso grad sowieso grad sowieso ach ja boi ah ist der stuhl ehrlich oh ist der stuhl kaputt ja schenk den einfach wie gesagt einfach ne runde mitleid wieder wenn er kaputt ist ist das kacke zu sitzen einfach immer nen daumen hoch geben und ich geb dann auch in der mitleid immer ah ah 64 pipes rechn auf hier rumzuröpsen was ist eigentlich mit dem test zurzeit los du bist das wieder und geh mal weg von meiner anlage ich muss da mal eben dran hopp du faggot ach du pül weißt du er füllte hast du den hebel wenigst umgeschaltet nö ja klar ey hey gehst du so kriegt er auch von hinten naja jetzt kriegt er von hinten auch noch angesagt dass es füllen soll was er kriegt von hinten ja naja jetzt kommts aber du lässt doch den markt kurz über den laufen ja klar lass ich den laufen aber ich muss auch dann nebenbei das fertig haben mhm weil der tank soll ja auch fertig laufen ja dann soll er das er teilt ja das ich kann das nicht einfach so lassen wo sind wir denn hier mein haus muss richtig gut werden so ein ein befüllt er noch ja dann muss ich dran ja mach das also hab ich den oben gesehen oh ja dir den hier es sind nur turtles naja das ist klar den hab ich schon mal gesehen aber da hast du das noch nicht so eingebaut ne achso da kann ich ja noch wieder was herstellen so mhm ey leute der typ hat doch langeweile ne warum das wird nur ausgekleidet mit covers einfach nur so du hast immer nur so lange langeweile leider ist kein pvp ja du wolltest mich gerne wieder schlagen ne ja ich hab extra auch noch einen raum nur für dieses komische wasserbecken hier hinten hin gebaut ja wo du einen schaden hast ne und das hat er mir hier vorhin gezeigt ja vor der aufnahme noch ja aua so sprühschiss an den bänden dran ne das mach ich gleich nochmal den sprühschiss wie mach ich das mit den kabeln weißer und schwarzer sprühschiss so nicht und sie